Lernen Sie noch oder warten Sie schon? Wenn ich eines in den letzten Wochen immer wieder gemerkt habe, dann das. Change fällt den Menschen unglaublich schwer. Klar ist es leichter, schön in der eigenen Wohlfühlzone zu bleiben. Doch im Business ist es eigentlich gar keine Frage mehr, ob du dich verändern willst oder nicht. Entweder du tust es oder du bist weg vom Fenster. Mehr dazu in der April-Ausgabe von Limbeck Group TV. Gerade habe ich wieder ein Projekt bei einem sehr, sehr großen Unternehmen. Meine Aufgabe Schulung des gesamten Vertriebes mit meinem Team. Die Führungsebene hat sich entschieden, die Leute jetzt nochmal richtig fit zu machen für den Restart und Gas zu geben, um Marktanteile zu sichern. Prinzipiell eine gute Sache. Doch mit einer Weiterbildung ist es nicht getan, wenn das Mindset der Mitarbeiter nicht stimmt. Ich hatte in einer der Session einen Vertriebler, der mir ganz klipp und klar gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich brauche das alles nicht mehr. Wow, dachte ich. Klar habe ich sowas schon ab und an erlebt. Doch wie du gerade in der jetzigen Zeit diese Einstellung haben kannst, will mir wirklich nicht in den Kopf. In den letzten Monaten hat sich im Vertrieb eine Menge verändert. Und auch wenn wir inzwischen alle an Videocalls, Zooms, Teams oder was es sonst noch so gibt, sowie Online-Präsentationen gewöhnt sein sollten, sieht die Realität in vielen Unternehmen ganz anders aus. Manche haben zumindest einen Crashkurs in Sachen Remote Selling bekommen. Andere sind komplett sich selbst überlassen und dementsprechend verunsichert, wenn sie zum Beispiel mit Online-Ausschreibungen jetzt zu tun haben oder damit konfrontiert werden oder vom Kunden via Webcam pitchen sollen. Teilweise auch ohne, dass der Kunde sich freischaltet vom Gesicht her. Einfach blank. Hier nicht zu handeln ist aus meiner Sicht grob fahrlässig. Denn diese Formate werden nicht einfach verschwinden, wenn wir alle geimpft sind. Corona hat der Digitalisierung hierzulande lediglich einen längst überfälligen Schubs gegeben. Vor diesem Hintergrund kann ich nicht verstehen, warum Verkäufer, Verkäuferinnen sich dieser Entwicklung verweigern. Ja, es gibt sie tatsächlich. Schließlich sägen sie damit selbst an dem Ast, auf dem sie sitzen. Ich kriege das noch so hin, Herr Limbeck. Ich warte, bis ich wieder beim Kunden sitzen kann. Und ich frage mich, was will so ein Mann, eine Frau jetzt tun, die Tage bis zur Rente zählen? Eine ziemlich traurige Aussicht, wenn sie mich fragen. Ich bin jetzt 54 Jahre jung oder alt oder wie du siehst und mir fallen gefühlt jeden Tag tausend Sachen ein, die ich noch ausprobieren möchte. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, nicht weiter zu lernen, dann würde ich doch der Tatsache ins Auge blicken, dass es nur noch bergab geht und ich nicht mehr besser werde. Das ist absolut nicht mein Film und das sollte auch nicht ihrer sein. Ergreifen Sie also die Chance, die sich Ihnen gerade bietet, sich zu verändern. Auch wenn es bedeutend langsamer und schöner ist, wenn ich in meiner Wohlfühlzone verbleibe. Doch in der Lernzone ist es sowieso viel spannender aus meiner Sicht. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ertappen Sie sich dabei, dass Sie Veränderungen in Ihrem Beruf ablehnen? Dass Sie im Geiste mit verschränkten Armen dastehen, wenn es darum geht, ein neues Tool und neue Verkaufstechniken kennenzulernen? Dann ist es höchste Zeit, an Ihrem Mindset zu arbeiten. Denn die Frage ist längst nicht mehr, ob Sie sich verändern müssen. Die Frage ist lediglich, ob Sie schnell genug sein werden, bevor Ihre Marktbegleiter Sie überholen an Ihnen in Meilen vorbeiziehen. In diesem Sinne krempeln Sie die Ärmel hoch und legen Sie los. Glück auf, Ihr Martin Nimbeck.